Heule, was geht ab Leute, Hong hier. Ich fange mit zwei Videos am Start. Ein Video zu Kyoge und ein zu Godon. Fangen wir an mit Kyoge. Aber schaut euch später das Godon Video auch noch an. Und zwar gibt es einen Bug oder einen Trick, wie auch immer man es nennen will. Wahrscheinlich eher einen Bug. Damit man Kyoge besser fangen kann. Aber leider nur für iPhone Benutzer. Und zwar nur für iPhone Benutzer, die eher Plus haben. Sprich mein altes iPhone leider nicht. 5. Das ist sowieso bald Schrott. Also Schrott nicht, aber sowieso bald kein Pokémon mehr da drauf. Auf jeden Fall ist es ein Bug, wo Kyoge sich dann gar nicht mehr bewegt. Nicht nach links, nicht nach rechts. Keine Attacken, nicht nach oben, nicht nach unten. Gar nichts. Und ihr könnt euch alle Zeit der Welt lassen, um ihn zu treffen. Kreis einstellen, auf Abelab und in aller Ruhe werfen. Und zwar muss man in den Air Plus Modus gehen. Und das war davor ja schon bekannt, dass wenn man da rein geht, der dann wieder in die Mitte kommt. Du machst eher an und dann wieder raus, dann ist er in der Mitte. Dann muss man halt nicht warten, dass er von links oder von rechts wieder in die Mitte kommt. Weil in der Mitte ist halt am leichtesten zu werfen. Und man kann ja mit Air Plus näher an ihn rangehen. Und dann ist es halt leichter, den zu fangen. Dann steht er nicht zu weit weg. Und meistens wirft man die Bälle ja zu kurz. Oder die meisten machen das. Und der Bug ist halt, wenn man Air Plus anmacht und dann sich dem Ding nähert und dann wieder zurück geht, dass er irgendwie hängen bleibt und dann bewegt er sich gar nicht mehr. Und das habe ich für euch getestet. Habe einen Kollegen gerufen, der iPhone hat. Und dann haben wir mal zum ersten Mal Air Plus gemacht. Und das seht ihr jetzt. Ich habe einen Trick für euch Leute. Ich drehe eh noch ein Intro. Also das heute spreche ich mir. Und zwar ist es hier in Kyogre. Ihr wisst, wie schwer der zu fangen ist. Und jetzt habe ich von einem Insider Trick gehört. So. Ich habe mir extra ein iPhone jetzt besorgt von einem Kollegen. Ihr geht auf Air-Modus. Ich verwende Air Plus nur an einem sicheren... Okay, da vorne ist er. Ich habe Air Plus auch noch nie gemacht. Hier irgendwo bei dem... ganzen... ...Grünzeugs. Achten auf deinen Weg? Ja, ja. Komm. Da sind Leute gar nicht bestimmt. Wieso? Sieh dich mit. Wir kommen auf einen offenen, ebnigen Länder um. Ich check hier gar nichts mit dem Air Plus. Wo ist denn der? Ich brauche Hilfe. Macht ihr die Air Plus? Ja. Weißt du, wie das geht? Wie finde ich den jetzt? Du musst, glaube ich, ganz... Warte mal. Geh mal ein bisschen mit der Kamera nach links. Ich habe so ein Video davon gesehen. Irgendwie wird das krass mehr. Jetzt wieder weniger. Du musst ganz langsam, glaube ich. auf dem Boden. Richtig. Immer folgen. Da jetzt halt. Irgendwo muss er... Okay. So, jetzt habe ich ihn. Genau. Und das Teil muss, glaube ich, komplett... Das ist jetzt gerade komplett rot. Das ist nicht gut. Nee, nee. Das ist kein Problem. Der kann doch nicht flüchten. Achso. Okay, warte. Du musst gar nicht flüchten. Du musst halt ganz... Ah, jetzt muss ich ihn... Genau, ganz weit flüchten. Ja, okay. Alter, so ein Aufwund. Aber der kann ich gleich so machen. Ja, genau. Das würde ich testen. Hier. Genau. So. Und jetzt würde ich so seitlich bisschen... Nein, nein, nein. Schau. Und jetzt gehst du zurück. Und jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Echt? Das ist der Trick. Wirklich? Habe ich so gehört. Also nicht mehr zur Seite bewegt er sich. Okay. Aber dafür springt er jetzt gar nicht. Nee. Das funktioniert gar nicht. Er bewegt sich noch. Boah. Vielleicht habe ich das irgendwie falsch gemacht. Moment. Alter, so ein Schmarrn. Du musst mal besuchen. Ja? Ja, du musst besuchen. Aber da kommen... Es kommen immer so Blätter. Aber irgendwann kommen zwei, die fest sind. Ja, da muss man draufziehen. Und dann kommt... Wo sind? So. Wo sind die Blätter? Ah, Mann. Wie weit muss die noch gehen? Ah, endlich. So anschleichen. So. So. Jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Seht ihr? Moment. Muss man ja fokussieren. Jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Er bewegt sich gar nicht mehr. Nicht nach links, nicht nach rechts. Kein Move. Wir warten mal eine halbe Minute oder so. Das ist der Bug. Ihr geht auf den RA-Modus. Plus. Macht irgendwas. Und dann... Dann geht ihr zurück. Und das war's. Absolut keine Bewegung. Jetzt kannst du ihn fangen. Jetzt kannst du ihn fangen. Keine Bewegung von ihm. Hätte ich mal gebraucht. Treffen muss man trotzdem noch. Oh mein Gott. Moment mal. Das muss man rausschneiden, gell? Ja, okay. Ach so, der ist gar nicht. Der ist optisch... Das optisch sieht irgendwie weiter aus. Das ist aber relativ nah. Wieso bewegt der? Der bewegt sich jetzt gar nicht mehr, oder? Ja, das ist dieser Bug. Ach, das ist der Bug? Der bewegt sich gar nicht mehr. Ja gut, treffen muss ich trotzdem, oder? Ja genau, das ist es. Das ist trotzdem schwierig. Aber der Bug ist nicht schlecht. Ja, den muss ich mir merken. Für den nächsten Hunderter? Für den nächsten Hunderter, ja. Für den nächsten Hunderter ist es nicht verkehrt. Der muss auch relativ kurz einfach nur werfen, damit er... ...sieht irgendwie optisch so aus, als ob du in die Tiefe weg wirst. werfen musst, musst du aber gar nicht. Sehr gut, Sechseintrag. Und das mit diesen miserablen Würfen, Mensch. Klasse, passt doch. Passt doch. Mein erster. Mein erster. Gehen wir gleich zum nächsten. So, das war's. Ihr habt's gesehen, der hat sich gar nicht mehr bewegt. Er hat bloß übrigens richtig umständlich. Es hat so lange gedauert, bis ich den gefunden habe. Echt leidend. Aber ihr habt's gesehen, also für einen Hundertal oder so lohnt sich das auf jeden Fall. 98, 96. 90, der hat sich gar nicht mehr bewegt. Problem ist halt, man muss ihn halt immer noch treffen, aber auf jeden Fall viel leichter. Und mal schauen, was ein Antik da machen wird. Ob die das irgendwie beheben werden oder ob alle iPhone-Benutzer jetzt einen kleinen Vorteil haben. Mir ist eigentlich egal, ich treffe ihn auch so. Jetzt fast konstant immer auf Ablauf mit Curved. Ich wollte zuerst für mich behalten, damit die iPhone-User, alle Kollegen mit iPhones, das noch eine Weile ausnutzen können. Aber wie immer, die Straßen munkeln, das ist schon in aller Munde. Und haben mich schon viele darauf angesprochen, dass ich dazu ein Video machen kann. Und natürlich mache ich das. Also alle iPhone-User, kleiner Tick für euch. Gehört euch das, solange der Eintick das nicht fixt. Und schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr schon ein gutes Kio gehabt und wie ihr so mit dem Werfen klarkommt. Und alle Android-User, findet ihr das unfair, dass iPhone sowas hat? Alles unten in den Kommentaren. Ansonsten, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt das Code im Video, ob das noch kommt. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.